Schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, live oder später im Stream bei der heutigen Veranstaltung im Literaturforum im Brechthaus im Rahmen des Symposiums Mental Health und Literatur, Mentale Gesundheit und Literatur. Das ist ein Symposium, das findet drei Tage lang statt mit verschiedenen Veranstaltungen und wir haben heute hier das Thema Räume des Wahnsinns. Und als Räume des Wahnsinns haben wir identifiziert zum einen die Großstadt und zum anderen die Klinik. Zwei interessante Gäste sind heute auf dem Podium, die mit uns darüber sprechen. Zwei SchriftstellerInnen, die ich zunächst ganz kurz vorstelle, mit Namen später ausführlicher. Lana Lux, herzlich willkommen. Hallo. Und Matthias Navrat. Hallo, guten Abend. Die beide ihre jüngsten Romane dem Thema Großstadt und oder Klinik und oder, ich sage mal, mentale Ausnahmezustände gewidmet haben. Das ist heute unser Thema, über das wir sprechen. Ganz kurz vorab einige Bemerkungen noch zu der Tapete, vor der wir uns da sozusagen bewegen. Psychische Störungen gelten gemeinhin über die letzten 100, 150 Jahre eigentlich als tatsächlich urbanes Phänomen oder werden als solche besprochen und benannt. Das fing schon an im späten 19. Jahrhundert. Es gibt einen berühmten Schlagerzeiler, eine Songzeile, die auch hier in der Veranstaltungseinladung zitiert war. Die lautet, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin, wo die Verrückten sind, dort gehörst du hin. Ich dachte immer, das ist aus den 20er, 30er Jahren, tatsächlich aber von 1885 die Verballhornung eines Operettenschlagers, den Franz von Soupy, der Österreicher, komponiert hatte. Und wenn wir uns ganz kurz noch in der Historie bewegen, tatsächlich mit Beginn der modernen metropolenhaften Großstadt, wie wir sie heute kennen, begann oder entstand auch eine neue Disziplin, nämlich die Psychologie mit dem berühmtesten sicherlich Vertreter Sigmund Freud, der bekanntlich seine Praxis auch Downtown Vienna hatte in der Stadt. Und eine zweite Disziplin entstand in jener Zeit, in der die moderne Großstadt entstand, die Soziologie. Und Georg Simmel, ein früher einer der ersten Soziologen, der einen berühmten Aufsatz 1903 schrieb über die Großstädte und das Geistesleben, der stellte damals fest, glaubte festgestellt zu haben, dass der oder die Großstädterin sich dadurch auszeichnet als Individuum, dass diese Person die Steigerung des Nervenlebens erlebt, ertragen muss. Viel Krach, viel Verkehr. Das kann einen schon verrückt machen, sagt man so gemeinhin. Und tatsächlich, bevor wir gleich einsteigen, habe ich fleißig wie möglich versucht, Zahlen zu recherchieren, ob überhaupt unsere Behauptung stimmt, dass Großstadteinraum des Wahnsinns heute noch ist. Und das scheint so zu sein. Gängige Bilder, Krankheitsbilder sind Angststörungen, Panikattacken, Suchterkrankungen, bipolares Verhalten, posttraumatische Belastungsstörungen, Paranoia, Schizophrenie und Depression. Und verschiedene Studien vom Robert-Koch-Institut über die Weltgesundheitsorganisation WHO stellen fest, über die vergangenen Jahre, dass tatsächlich GroßstadtbewohnerInnen über 500.000 Einwohner vor allen Dingen ein bis zu 70 Prozent höheres Risiko für psychotische Erkrankungen haben und immer noch ein 20 Prozent erhöhtes Risiko für Depressionen, die man früher immer eher dem Land zugesprochen hat. Das ist so ein bisschen die Folie, auf der wir heute sprechen, wie Literatur sich mit solchen Zuständen und Räumen beschäftigen kann. Ich würde gerne zuerst mit Lana Lux ins Gespräch schon mal kommen. Ich verweise ganz kurz auf eine Veranstaltung, die gestern lief im Rahmen dieses Mental Health Symposiums. Die Autorin Jana Selig, die gestern dabei war, die schrieb über ihre Depression, die machte eine interessante Anmerkung. Sie sagte, sie sei in einem 300-Seelen-Dorf in Westdeutschland irgendwo aufgewachsen und erst in Berlin mit Mitte 20 eigentlich depressiv geworden. oder sie fragte sich und das Publikum hat erst in Berlin eigentlich festgestellt, dass sie gelegentlich aus dem Lot kommt, sozusagen mit ihrem Kopf. Und sie sagte, sie kann nicht erklären, ob sie erst in Berlin ein Umfeld gefunden hat, mit dem sie sprechen kann, mit dem sie sich öffnen kann und als Individuum sich zeigen kann oder ob die Großstadt erst zur Depression führte. Huhn oder Ei konnte sie jetzt nicht klären. Lana Lux ist 1986 in der Ukraine geboren, in einer jüdischen Familie, die mit dem Zusammenbruch der UDSSR die Auswanderung beschlossen hat. Zuerst war der Plan, nach Israel zu gehen. Über Umwege, Lana, ist deine Familie dann gelandet als sogenannte Kontingentflüchtlinge in einem Auffanglager erst mal in Nordrhein-Westfalen. Du hast zwei Romane bisher veröffentlicht, 2017 Kukolka, die Geschichte von einem kleinen Mädchen, Samira Sieben, die in den Wirren des Zusammenbruchs der Sowjetunion vom Heimkind zur Bettlerin zu Dieben wird und in Deutschland letztlich landet und zur Prostitution gezwungen wird. Und dein aktuelles Buch, was sich mit unserem heutigen Thema beschäftigt, Jägerin und Sammlerin, ist 2020 erschienen, ist wiederum erzählt die Geschichte von Alisa, einer jungen Frau, die im ganz Kleinkindalter die Ukraine verlässt mit ihren Eltern, um in einer Großstadt zu leben. Wir kommen gleich auf diese Figur und auf den Roman. Alisa, die Romanheldin, leidet an Bulimie, ist Brechsucht und verbringt einige Monate in einer Klinik. Das ist ein ganz spannender Plot. Und bevor wir darauf kommen, Lanna Lux gefragt, du selbst, wir haben vereinbart, dass wir uns duzen heute hier, du selbst hast in Mönchengladbach nach Abschluss der Schule erst einmal Ökotrophologie studiert, was Anständiges sozusagen, und bist dann als sehr junge Frau nach Berlin gekommen, unter anderem, um hier dich als Schauspielerin ausbilden zu lassen. Darf ich fragen, erinnerst du dich, was war das für eine Hoffnung mit der Großstadtmetropole Berlin, das Versprechen, sich neu zu erfinden? Und wie bist du und warum bist du am Ort Berlin dann offenbar erst richtig zum Schreiben gekommen? Ich glaube, ich muss das Ganze ein wenig entmystifizieren und bin damit vielleicht eine Spielverderberin. Vor Berlin habe ich ein Jahr in Hamburg gelebt, was natürlich für waschechte Berliner viel zu klein für eine Großstadt ist, aber ich mag Hamburg sehr und würde sagen, Hamburg ist eine Großstadt. Das heißt, meine Großstadtsehnsüchte waren eigentlich in Hamburg durchaus erfüllt worden. Ich bin in einer Großstadt geboren, muss ich dazu sagen, und verbrachte meine Kindheit bis zehn Jahre in einer Großstadt, weshalb der Raum Großstadt mein natürlicher Raum ist. Und nach Berlin kam ich tatsächlich aufgrund von persönlichen Umständen und einer Liebe. Das heißt, die Hoffnung, die du gerade erwähnt hast, die Hamburg schon erfüllt hat mit der Großstadt, was für Bilder sind das, die man als junge Frau oder die du mitgetragen hast, wie weit war Berlin dann auch eine Folie oder Hamburg, sich nochmal neu, sich ganz anders aufzustellen, eine andere Ausbildung zu machen, künstlerischen Weg einzuschlagen? Das habe ich eigentlich gar nicht, hatte ich diese Hoffnung in die Großstadt gelegt, sondern die Großstadt sollte eigentlich mir die Möglichkeit geben, in dieser Diversität mehr ich zu sein. Ja, eine Diversität, die ich halt sehr stark vermisst hatte in Geisenkirchen, im Ruhrgebiet der 90er und Nuller Jahre. Und ja, diese Diversität und vielleicht sich auch ein Stück weit einfach von diesem Ort, an dem meine Interessen eigentlich gar nicht so repräsentiert wurden, wie Kultur, Nightlife, Gastronomie, jüdisches Leben. Also es war ein bisschen zu wenig repräsentiert in der Stadt, in der ich groß geworden bin. Ja, und da war zunächst Hamburg und später Berlin, hat mir einen Raum gegeben, in dem ich mehr ich und mehr meinen Interessen folgen konnte. Ja, ich weiß nicht, ob das das jetzt gut beantwortet. Vielen Dank erstmal für diese Kurzgeschichte, die Kurzbio sozusagen, bevor ich gleich mit Matthias ins Gespräch komme. Ein Zitat habe ich mir für beide von euch rausgesucht. Großstadt und Klinik sind ja große Topoi in der Literatur. Und bei Lana ist mir ein Klassiker eingefallen. Natürlich Silvia Plath, die Glasglocke, wo es um eine junge Frau geht, die eben in eine geschlossene Klinik kommt, dort auch Elektroschocks erfährt, wie Silvia Plath ja auch teilweise selbst erlebt hat. Und Silvia Plath, die eben sich selbst depressiv, was ich, suizidiert hat. Es gibt einen Brief, den sie mal geschrieben hat, da war sie noch, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Als sie erstmals als junge Frau nach New York kam, schrieb sie an ihre Familie zu Hause in Northampton, in Massachusetts, auf dem Land, folgende Zeilen. Der Wechsel nach New York City war so rapide, dass ich immer noch nicht imstande bin, vernünftig darüber nachzudenken, wer ich bin oder wohin ich gehe. Die Welt ist aufgeplatzt vor meinen gaffenden Augen und hat ihre Eingeweide verspritzt wie eine geborstene Wassermelone. Ist das etwas, Lana, was du dann so nicht erfahren hast, weil du Großstadterfahrungen auch schon als Kind kanntest? Das hatte ich dann falsch eingeschätzt. Absolut, ja, also eher die kleinere Stadt, die war das, was diese verspritzten Inneren oder diese nicht Explosion, sondern Implosion bedeutete, während die Großstadt eigentlich das Wiedervertraute, das fast Heimische, diese, ich genieße eben diesen Trubel, das Bunte, das Diverse, das Anonyme. Anonyme, gut, ja. Ein ganz anderes Bild erst mal, wenn man ihn vom Lesen kennt, zeichnet Matthias von der Großstadt nicht ganz so bunt und trubelig, eher grau, ein bisschen düster. Der traurige Gast, der Roman. Matthias, du dir auch ein paar Worte, ich hoffe, ich gebe richtig wieder deine Kurzbiografie. 1979 in Opole, Polen geboren. 120.000 Einwohner habe ich gezählt. Dann, als du zehn warst, 1989 bist du mit den Eltern nach Bamberg übergesiedelt, 77.000 Einwohner. Hast Biologie studiert, auch etwas Ordentliches, nicht Künstlerisches sozusagen zunächst. Hast dann am Literaturinstitut in Bielbien in der Schweiz Literatur studiert, 55.000 Einwohner das. Dein erster Roman ist 2002 verschienen, Wir zwei allein, erhielt beim Bachmann-Wettbewerb den Kelak-Preis. Zwei andere Romane folgten. Nunmehr, der traurige Gast ist der Vierte. Der hat gerade bekommen den Literaturpreis der Europäischen Union 2020. Herzlichen Glückwunsch. Du, Matthias, lebst in Berlin seit 2012, im Wedding, soweit ich weiß. Und der traurige Gast spielt auch im Wedding. Darf ich fragen, was dich in die Großstadt, vom dann doch eher, so stelle ich es mir vor, beschaulichen Biel in der Schweiz getrieben hat. Man sagt so gemeinhin, in der Großstadt liegen die Themen, die Geschichten auf der Straße. Erstmal bevor wir auf den Roman kommen, war das ein Motiv? Also guten Abend erstmal und vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Naja, du hast das schon ganz schön nachgezeichnet, dass meine Reise sozusagen immer von der größeren immer in die kleinere Stadt ging. Aber im Grunde genommen sind ja diese, man kann sagen, Kleinstädte sind ja recht vergleichbar, so von ihrer Soziologie her, von ihrer Struktur her. Und was sich immer geändert hat, nur im Grunde genommen war praktisch so die kulturelle Verortung. Und das hat mich jeweils interessiert, lange Zeit. Also ich hatte, ich war, ich bin auch heute noch immer noch offen für die Kleinstadt-Idylle, aber auch für die Kleinstadt-Hinterhöfe sozusagen. Das, was da irgendwie auch daran vielleicht kaputt ist und so. Also sowohl für den Mythos als auch für die Dekonstruktion kann ich mich da irgendwie sehr erwärmen. Aber irgendwann hatte ich dann doch das Gefühl, ich würde gerne mal in eine Stadt kommen, wo es nicht das eine Café gibt, in das man geht, sondern wo man einfach, wo man so ein bisschen explorieren kann. Wo irgendwie was passiert, womit man noch nicht gerechnet hat. Und mich hat an der Großstadt angezogen, tatsächlich einerseits so ein bisschen das Kaputte daran, an Berlin speziell eben auch diese ganze Geschichte Berlins, also die irgendwie ja sehr geschichtet ist in der Architektur, oder auch eben in den Biografien der Menschen. Und das Gegenwärtige daran, also was, dass im Grunde genommen in Berlin ja globale Geschichte stattfindet, ständig auch globale Gegenwart. Was ich heute im Nachhinein auch so ein bisschen auch natürlich romantisch, also oder romantisierend sehe. Ich sehe ja durchaus heute praktisch die Realität Berlins als das, was sie zum Teil auch ist. Nämlich für manche Leute auch eben eine schwer erträgliche Realität. Aber das, was du sagst mir, dass in Berlin die Geschichten auf der Straße liegen, die liegen natürlich eigentlich überall auf der Straße. Aber zu diesem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwie die Provinz und die Kleinstadt und so weiter und auch irgendwie so die Provinz, die praktisch sehr nah an der Natur ist, irgendwie abgearbeitet gehabt für mich. Und ich wollte irgendwie etwas anderes. Ich wollte auch vielleicht näher an die stattfindende Kultur, an die, wie Lana sagte, an die Diversität heran. Und auch, ich wollte diese Stadt praktisch auch jenseits der Erzählungen erfahren, die es von ihr gab, nach außen hin. Also so eben diese KünstlerInnenstadt, Party, europäischer Tourismus und so weiter und so fort. Deswegen wohne ich auch an einer Stelle im Wedding, wo das gar nicht so richtig stattfindet. Das ist irgendwie eher so ein normales Wohnviertel. Sowas interessiert mich eher an Berlin, so momentan, diese normalen Ecken eigentlich. Wunderbar. Ich habe vergessen anzumerken, wir sprechen gleich weiter, dass natürlich Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können den beiden Schriftstellerinnen in der nächsten Stunde Fragen stellen per E-Mail. Die Adresse war oder ist immer wieder eingeblendet in der Banderole. Die bekommen wir hier auf ein Tablet und die stelle ich dann später auch noch. Matthias, lass uns da gleich weiterreden und direkt auch einsteigen mit deinem Roman, deiner Erzählerfigur. Auch für deinen Fall habe ich mir sozusagen ein Zitat rausgesucht. Alexander Döblin, natürlich Berlin. Alexanderplatz, der große Klassiker. Fritz Biberkopf, der so in der Schattenökonomie im Schmutz zugange ist, selber in der sogenannten Irrenanstalt, wie man damals sagte, gelandet ist. Es gibt ein Zitat aus einer Straßenbahn-Szene, wo der Erzähler einfach die Menschen betrachtet. Und das hat ganz viel für mich mit dem traurigen Gast zu tun. Die zwei Sätze lauten, Alexander Döblin, in der Straßenbahn die PassantInnen. Es sind Männer, Frauen und Kinder. Sie alle aufzuzählen und zu beschreiben, ist schwer möglich. Was in ihnen vorgeht, wer kann das ermitteln? Sie lesen Zeitungen verschiedene Richtungen. Haben Schmerzen, haben keine Schmerzen. Denken, denken nicht. Sind glücklich, sind unglücklich. Sind weder glücklich, noch unglücklich. Der traurige Gast ist nicht so glücklich erstmal. Nicht gerade euphorisch, wie der Titel schon sagt. Der traurige Gast ist ein namenloser Erzähler im Roman, der durch ein sehr heutiges, durch das Gegenwarts-Berlin spaziert, Menschen beobachtet, mit Menschen ins Gespräch kommt. Was dabei eigentlich sucht. Das ist ein vereinzelter junger Mann, über den wir, vielleicht so um die 30, Anfang 30, stelle ich mir vor, der Schriftsteller ist, der Tagebuch schreibt im Roman. Es ist so ein bisschen ein doppeltes Spiel. Man ist natürlich verunsichert oder verführt zu denken, das ist Matthias Navrat selbst. Es ist er natürlich nicht, hier steht Roman drauf. Magst du uns mal erzählen, wie du auf diese Erzählerfigur gekommen bist? In einem Interview habe ich gespitzt, habe ich gelesen, dass du durchaus selbst als Schriftsteller ein Straßentagebuch geführt hast. Wenn du uns kurz erzählst, wie dieser Roman, aus welchem Material der zustande kam. Also, das hatte so zwei Quellen. Ich glaube, das Primäre war tatsächlich, dass ich über die Form dahin kam. Weil die Bücher, die ich zuvor geschrieben hatte, waren Bücher, die sich sehr auch mit der Frage, also abgesehen davon, was sie inhaltlich abhandeln, beschäftigten sie sich auch mit der Frage der Sprache, also praktisch häufig auch Spiel, ein Spiel mit der Sprache, mit den Möglichkeiten der Sprache und des Erzählens und so weiter. Also ein Fokus irgendwie auf die sprachliche Form. Und es waren dann immer Erzähler oder Erzählerinnenstimmen, die praktisch immer irgendwie so eine eigene Sicht der Dinge hatten und so eine eigene Versprachlichung der Realität. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich mit dieser Art von Herangehensweise irgendwie nicht mehr an die Gegenwart herankomme. Das war nämlich die Zeit, wo der Ukraine-Krieg ausbrach, wo praktisch nach und nach auf der Welt Dinge passiert sind, die uns Europäer irgendwie so ein bisschen wieder daran erinnert haben, dass die Geschichte noch keinesfalls vorbei ist und dass wir eigentlich, dass heutzutage genau die gleichen oder sehr ähnliche Dinge passieren, wie in der dunklen Geschichte Europas. Und deswegen habe ich eine Sprache gesucht, die irgendwie näher an der Gegenwart ist und näher am Realismus. Also tatsächlich war das so eine Realismusfrage. Wie kann man heute realistisch erzählen, was bedeutet das eigentlich? Und deswegen habe ich tatsächlich angefangen, ein Tagebuch zu führen. Also als erste Versuche, um zu gucken, wie kann ich an das, was ich sehe und was ich erfahre und erlebe, wie kann ich da herankommen? Nach einer Weile habe ich dann festgestellt, indem ich eben auch durch Berlin gefahren bin, extra irgendwo hin, um dort mich umzugucken und so weiter, habe ich festgestellt, dass diese Art von Schreiben, dieses Tagebuchartige Schreiben, ja im Grunde genommen auch nur eine literarische Form ist, für die es viele, viele Beispiele gibt. Und ich habe dann angefangen, mit dieser literarischen Form zu spielen. Und zugleich haben sich verschiedene Themen bei mir verdichtet, die sich bei mir immer wieder so aufzeigen. Also eben das 20. Jahrhundert in Europa, die so eine Art Entwurzelung der Menschen, aber nicht nur so im Sinne der Migration, sondern im Grunde genommen aller Menschen in so einem spirituellen oder geistigen Sinne, diese Erfahrung des Zivilisationsbuchs und so weiter. Diese Dinge, die in meiner Familie eine große Rolle spielen. Das und Berlin eben als Ort, an dem einerseits das immer schon stattfand und immer stattfindet, also sich praktisch in die Biografien eingeschrieben hat, der Menschen, die hier alle zusammenkommen, von überall auf der Welt. Und eben diese Parzellierung Berlins in diese Mikrowelten, migrantische Mikrostrukturen, die irgendwie alle nebeneinander funktionieren. Und man fragt sich immer, ja, wie geht das denn? Wie funktioniert das denn? Also wieso sind die nicht zum Teil verfeindet? Oder wieso passiert da eigentlich nicht viel mehr? Weil ja Berlin durchaus ein hartes Pflaster ist, im Sinne von, es ist hart hier zu leben. Es ist hart hier Geld zu verdienen. Es ist hart mit den Wohnungen. Das ist natürlich ein aktuelles Thema wieder. Das heißt, alles das hat mich plötzlich interessiert, als Frage nach, was ist unsere heutige Gegenwart? Wie viel hat sie mit der Geschichte zu tun? Und was ist diese geistige Verfassung irgendwie des heutigen Europäers? Diese geistige Entwurzelung? Und wie funktioniert das in Berlin? Das waren so die Fragen, die ich mir inhaltlich gestellt habe. Aber gekommen bin ich eigentlich von der Form her. Danke für diese Herleitung mal. Tatsächlich, ich würde vorschlagen, wir kommen vielleicht gleich mal zuerst zu einer Leseprobe. Tatsächlich die Figuren, die du sprechen lässt, die dein Erzähler kennenlernen trifft, deren Geschichten er aufschreibt für uns, deren Wanderungsgeschichten, Migrationsgeschichten, sind es fast alle, die er erfährt, spielen in einer Zeit, in dem Winter mit dem Anschlag am Breitscheidplatz. Das ist nur eine Episode, wirklich eine kleine. Der Roman handelt nicht von diesem Anschlag. Aber da taucht ganz stark der geistige Zustand auf oder das, wenn wir uns mit Mental Health heute beschäftigen, was immer wieder dein Erzähler als Unbehagen bezeichnet. Wenn man es liest, ich hatte es auch am Telefon schon gesagt, es schwankt für mich so zwischen Angstzustand, Panik, Attacke, Depression. Es sind dunkle, düstere Stimmungen. Vereinsamung ist das eine. Geworfensein, alleine sein, so eine andere Stimmungslage. Und gerade dieser Breitscheidplatzanschlag, da gibt es eine Szene, wo der Erzähler selber in der U-Bahn quasi sitzt und sich ertappt, wie er andere Passanten mit einem ungewohnt verdächtigenden Blick mustert, könnte er auch einer sein, der jetzt irgendwas plant. Also Unbehagen, gar kein so ganz idyllisches Idyllbild von einer Großstadt ist eigentlich das Thema deines Buches. Eine der Personen, und da freue ich mich jetzt auf die Leseprobe, die der Erzähler trifft relativ am Anfang, ist eine Architektin namens Dorota, etwas älter, ich schätze Ende 60 oder sowas, um die 70. Magst du ganz kurz zu Dorota etwas sagen? Und dann hören wir, soweit ich dich verstanden habe, ein Stück aus der Erzählung von Dorota, wie sie in ihrem Stadtviertel Schöneberg lebt. Genau, das ist eine Figur, also du hast vollkommen recht, die ist auch für mich so um die 60, zwischen 60 und 70. Und das ist eine Figur, die dieser Erzähler trifft über eine Laune, weil er nämlich mit seiner Freundin, mit der er zusammen wohnt, halt mal so andenkt, die Wohnung eventuell umzugestalten. Und da taucht in einem dieser Polen-Cafés, in die er immer geht, weil er selber auch Pole ist, da findet er so eine Visitenkarte von ihr, auf der steht, Dorota Kamscher, Architektin, rufen Sie an. Und das interessiert ihn irgendwie, diese merkwürdige, dominierende Haltung auf dieser Visitenkarte. Und er besucht sie dann tatsächlich auch, weil sich nämlich herausstellt, dass sie ihr Viertel nicht verlässt. Und sie ist nämlich, sie wohnt relativ zurückgezogen und ist eben eine sehr merkwürdige Person, sie verlässt ihr Viertel nicht. Und sie zieht ihn sofort, es fährt gerade eine Sirene vorbei, das passt ja auch zu unserem Thema. Der durch Berlin war. Genau. Sie zieht ihn sofort in eine Serie von Gesprächen hinein. Sie fängt sofort an, ihm aus ihrem Leben zu erzählen, fast wie, wie soll ich sagen, es ist fast wie so ein Gewaltakt. Sie drückt es ihm fast auf und er kann dann nicht weg, weil er sofort spürt, dass irgendwas in dieser Erzählung so tief geht, dass es eben dieses Gefühl in ihm, dieses Unbehagen oder dieses Entwurzelsein irgendwie berührt. Ja, und jetzt, ich lese einfach ein kleines Stück aus dieser Erzählung von Dorota, wie sie erzählt, wie sie dann von Polen, nachdem ihre Familie aus Ostpolen, nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesiedelt wurde, dann von Polen praktisch flieht in den 80er Jahren nach Berlin und dort einen Studenten heiratet, Michael, und wie sie praktisch das erste Mal in diesem Berlin ankommt. Besonders deutlich erinnere ich mich an meinen ersten selbstständigen Spaziergang durch die Stadt. Ich ging unten vors Haus. Michael war zur Universität gefahren und ich hatte den Vormittag für mich. Ich bog nach links und begann, die Straße entlang zu gehen und dann setzte sofort etwas Merkwürdiges ein. Ich wusste nämlich schon nach wenigen Metern nicht mehr, wo ich war. Es war ein mir bis heute unbegreiflicher Zustand, denn ich fühlte mich einerseits euphorisiert, mich erstaunte alles. An der Ecke war damals eine Kleiderboutique und ich stand, so kommt es mir heute vor, stundenlang davor und konnte nicht glauben, dass all diese Kleider einfach zu kaufen waren. Ich ging weiter und war überwältigt von dem Kiosk, in dem es, wie in einer Miniatur eines Supermarkts, alles gab, was ein Mensch brauchen könnte, angefangen bei Milch über Unterhosen bis Glühbirnen. Ich kam an einem Kopiergeschäft vorbei und war beeindruckt, dass es einen Laden gab, in dem man nichts anderes tat, als Drucken, Kopieren und Plakate zuschneiden. Auch die Hässlichkeit der Apostel-Paulus-Kirche, diese Lieblosigkeit und der Mangel an Zugewandtheit erstaunten mich, waren mir, der Katholikin aus Südpolen, Tochter einer Kirchgängerin, vollkommen fremd. Ich war plötzlich vorne in der Hauptstraße des Viertels, der Eisenacher Straße, und ging an Imbissläden, Supermärkten und Geschäften mit Sportbekleidung und elektronischen Geräten vorbei und erfreute mich an allem. Aber gleichzeitig wusste ich nicht, wo ich war. Etwas in meinem Gehirn hatte sich verschoben oder etwas in dieser Stadt. Jede Straße sah plötzlich identisch aus. Ich war nur zweimal abgebogen. Ich kehrte um und ging den Weg zurück, den ich gekommen war. Aber mir kam kein einziges Gebäude mehr bekannt vor. Ich hatte sie noch nie in meinem Leben gesehen. Ich wusste nicht mehr, welche Farbe die Eingangstür unseres Wohnhauses hatte. Ich bog in die nächste Straße ein und all diese Jugendstil-Fassaden kamen mir identisch vor, obwohl ich eigentlich ein Auge für Gebäude habe. Es ist immerhin mein Beruf. Ich bog wieder ab und wieder sah alles gleich aus. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, um in die andere Richtung zu schauen, verschob sich in mir die innere Karte der Straßen. Alles ordnete sich neu. Oder war es die Stadt selbst, die sich umbaute? Der Effekt war so real, dass ich mich deutlich an das Gefühl eines sich unter mir bewegenden Bodens erinnere und eines sich über mir drehenden Himmels. Ich suchte nach etwas dort oben über den Dächern, das sich nicht veränderte, wenn ich abbog, einen festen Punkt, ein Hochhaus vielleicht, aber dergleichen gibt es hier nirgends. Es gibt nur diesen riesigen Himmel, der sich von einem Horizont zum anderen spannt. Mir kamen Leute entgegen, aber niemand schien etwas zu bemerken. Die Leute beachteten mich nicht, oder wenn, dann nickten sie mir nur zu, als wären sie es gewohnt, Menschen wie mich zu sehen, die an einer Ecke standen und verloren wirkten. Ich konnte es mir nicht erklären, denn ich hatte mich in meinem Leben noch nie verlaufen. Ich hatte in jeder Stadt, in der ich bis dahin gewesen war, gewusst, wo ich war. Hätte stets sagen können, wo der Bahnhof war, wo sich das Zentrum befand. In der Natur hatte ich mich oft verloren, aber eine Stadt, egal welche, war für mich stets intuitiv erschließbar gewesen. Ich irrte einen halben Tag in den Straßen, um unsere Wohnung herum und stieß am Ende eher zufällig auf unser Haus, vor dem ich den grünen Golf entdeckte. Merk dir doch den Straßennamen und die Hausnummer, sagte Michael am Abend zu mir. Ich kenne sie doch, sagte ich. Trotzdem merk sie dir bewusst. Ich sagte mir also am nächsten Morgen den Straßennamen und die Hausnummer vor, aber nachdem ich einmal um die Ecke gebogen war, erinnerte ich mich nicht mehr an sie. Alle Straßen um mich sahen plötzlich nicht nur gleich aus, sondern sie hießen auch gleich. Weil ich nicht zu Ärzten gehe, habe ich nie herausgefunden, was mit mir in diesen ersten Tagen passiert war. Es muss eine sehr spezifische Form von Neglect gewesen sein, bei dem mein Gehirn plötzlich jede räumliche Orientierung verweigerte. Es sabotierte alles, was ihm diese Aufgabe erleichtert hätte. So viel vielleicht als kurzer Einblick. Vielen Dank, Matthias, für diesen Einblick. Es ist schon durchaus gruselig. Wir können vielleicht sagen, Dorota hat sich von dieser Episode insofern nie richtig erholt, als sie, der Erzähler glaubt es anfangs selbst nicht, tatsächlich ihre Wohnung praktisch nicht mehr verlässt. Es ist eine klaustrophobische Situation. Sie selbst sich damit aber scheinbar eingerichtet hat und sehr stark in der Vergangenheit forscht. Es geht unter anderem um Nachwirkungen oder um den Zweiten Weltkrieg, um Holocaust-Schoa, um diese Erfahrungen, an denen sie laboriert, die sie durcharbeitet immer wieder. Und das hält sie quasi am Leben. Sie hat sich einen eigenen Mikrokosmos in ihrer Wohnung auch gedanklich sozusagen geschaffen. Und scheint nicht so sehr daran selber zu leiden, sondern sich damit arrangiert zu haben. Es gibt das Zitat von dir in einem Interview in der transzendentalen Obdachlosigkeit, die Georg Lukacs mal beschrieb. Also ein ex-territoriales Leben sozusagen. Oder die Wohnung ist das Territorium. Bevor ich mit Lana jetzt gleich spreche und wie ihr Roman-Protagonistin kennenlernen. Also man würde gemein, wenn man so jemanden im echten Leben kennte, würde man sagen, das ist zwischen Depression und Angststörung, ist das ungefähr eine Diagnose, die du stellen würdest? Oder hast du Reaktionen bekommen, wie Menschen, die sich mit psychologischen Krankheiten auskennen, darauf reagiert haben, auf dieses Porträt dieser Frau? Also ich würde sagen, man kann durchaus jetzt, wenn man praktisch in diesen Kategorien einen Menschen fassen will, könnte man wahrscheinlich schon bestimmte Verhaltensweisen finden, die man eben mit Depression oder zumindest mit depressiver Verstimmung oder so bezeichnen könnte, eben auch so etwas wie Paranoia, Angstzustände, ja, so diese Angst vor dem in die Stadt hinausgehen und so weiter. Für mich ist das allerdings dann eben die Frage, was will ein literarischer Text eigentlich? Also will ein literarischer Text praktisch einen Menschen in eine Kategorie packen? Das kann ja durchaus nämlich emanzipatorisch sein. Es ist ja nicht, also dass es überhaupt diese Kategorien gibt, das ist ja ein großer Segen. Das ist eine ganze, wie soll ich sagen, ein ganzes System an Institutionen und Menschen gibt, die Menschen helfen wollen und praktisch damit beschäftigt sind, Diagnosen zu stellen. Das ist auf der einen Seite ja sehr gut, weil viele Leute ja erst mal damit verloren sind. Sie wissen nicht, was ist mit mir los? Und häufig ist es tröstlich zu erfahren, ah, ich habe etwas, was schon bekannt ist und es gibt andere Leute, die das gleiche Problem haben. Ich kann mich mit denen austauschen. Das heißt, diese Art von Literatur wäre ja praktisch so eine Art emanzipatorische Leistung. Für mich war es eigentlich in diesem Buch wichtig, ein Individuum zu zeigen, eben jenseits dieser Kategorien. Also das heißt, die Frage zu stellen, was ist eigentlich, also kann man die einfach wegpacken, indem man sagt, ja, die ist halt depressiv und hat Angststörungen, fertig. Oder was ist eigentlich die tiefere Wurzel des Ganzen bei ihr? Und ich glaube eben, dass es hier dann auch um so eine Art Frage nach den gesellschaftlichen Prozessen geht, die dazu führen, dass Menschen eben diese, ja, dieses Urvertrauen ins Leben verlieren durch Erfahrungen, die sie machen. Das ist eben, wie ich anfangs sagte, nicht nur die Migration oder Krieg. Das sind natürlich die Extremformen von Verlust des Ortes, an dem man lebte, Verlust von Menschen, die man liebte. Ja, es geht auch häufig eben um so Traumata mit Verlust von Menschen, denen man nahe war. Das ist aber auch eben die heutige Situation der Arbeit. Also eine Arbeit, viele Menschen machen Arbeiten, die sie einfach total sinnlos finden und sie leiden extrem darunter. Und diese Globalisierung führt ja eben dazu, dass Menschen immer mehr ins Elend abrutschen, möglicherweise nicht hier bei uns in Deutschland, aber auch. Das wird ja gerne dann ausgelagert an die Grenzen oder in andere Länder. Das heißt, das sind alles Erfahrungen, die dieses Urvertauen zerstören und das ist bei ihr irgendwie der Fall. Und das ist bei ihr aufgrund eben auch ihrer Biografie der Fall, aufgrund auch der Geschichte ihrer Familie, aber auch sozusagen des ganzen Kontinents. Und deswegen, das ist das, worüber sie die ganze Zeit nachdenken. Das sind die Kreise, in denen sie da drin steckt, in dieser sehr verwinkelten Wohnung. Und ich würde sagen, sie ist eigentlich im Grunde genommen auf der Suche nach Hoffnung, oder nach so einer Art so einer tieferen, spirituelleren oder spirituellen Verwurzelung. Und man hat am Gegenende, also als der Erzähler dann praktisch durch diese ganze Biografie mit ihr durchgegangen, dann wird es Frühling und dann hat man das Gefühl, oh, jetzt ist sie so leicht, jetzt geht sie plötzlich draußen spazieren, bevor sie dann wirklich ganz zusammenbricht. Insofern, man könnte diese Kategorie bemühen, aber was wäre literarisch in diesem Fall, ja, bei diesem Roman gewonnen? Ich glaube, das Verfahren ist eben eher den individuellen Menschen zeigen, sozusagen, in seiner räumlichen Verortung, die ja immer individuell ist, in seiner kulturellen Verortung, die auch immer individuell ist. Das heißt, in diesem Spannungsfeld. Deswegen ist es ja auch interessant, über Literatur zu diskutieren und eine solche Frage zu stellen. Hat die vielleicht, wenn sie mal zu Ärzten gehen würde, würde es ihr vielleicht besser gehen oder so? Ja, vielleicht. Danke, Matthias. Eine andere Figur, die sehr spannend ist, ist Dariusz, ein ehemaliger Chirurg, erfolgreicher Mann, der als Migrant auch zugereist ist in die Stadt, sozusagen jetzt als Tankwart, einen Mac-Job, einen schlecht bezahlten Job hat und auch darunter sozusagen leidet und aber die Geschichte eigentlich nie erzählen kann, außer dem Erzähler, den du inventierst, weil er in der Tankstelle sozusagen unter Ferner Liefen beschäftigt ist. Erstmal ganz vielen Dank für diesen Einblick und ein ganz wichtiges Stichwort, Matthias, was du jetzt ganz groß gemacht hast. Auch wir drei sind alle nicht gebürtige BerlinerInnen, sondern hierher gekommen aus unterschiedlichen Gründen. Deswegen hatte ich Lana am Anfang auch gefragt. Ich würde gerne jetzt mit Lana sprechen über ihre, also es gibt mehrere Figuren anderer Helden noch bei Matthias im Roman, auch in Lanas Jägerin und Sammlerin. Der Titel deutet es an, gibt es mindestens zwei ganz spannende weibliche Hauptfiguren. Die eine, die ich für heute Abend eben ganz besonders interessant finde, ist Alisa, eine auch zugereiste, zugewanderte Heldin in eine Großstadt. Eine junge Frau, die ihr Abitur macht, nebenbei eigenes Geld verdient als Kellnerin in einem Café, eine eigene kleine Wohnung hat, die eigentlich alles haben könnte, der die Welt offen stünde, könnte man auf den ersten Blick meinen. Und das Interessante, was mir aufgeschieden ist und worunter Alisa, die Romanheldin, zu leiden scheint, aber es auch gleichzeitig ein Glück erstmal für sie ist, ihr seelisches Leid, das Problem, was sie mit sich selbst verhandelt, merkt man ihr auf den ersten Weg eben auch nicht an. Sie hat Bulimie, eine Essstörung. Kannst du uns erstmal kurz sagen, Lana, warum dieses Thema, es ist auch ein feministisches Thema, haben wir vorab schon im Telefon besprochen, wir gucken, wie weit wir heute damit kommen, warum dieser Leidensdruck, den viele Frauen, nicht nur Jüngere, aber haben, die das Uneinverstanden sein oder das Unwohlsein mit dem eigenen Körper und Bulimie ist eine martialische Art, der Bearbeitung oder der Kontrolle des eigenen Körpers. Was hat dich an diesem, ich nenne es jetzt mal Krankheitsbild oder diesem Ausnahmezustand, interessiert? Wie bist du darauf gekommen? Warum hat Alisa diese Geschichte? Ja, das ist jetzt eine große Frage. Ich versuche sie, es ist gut, es ist super, ich versuche das, Stück für Stück vielleicht für mich selber auseinanderzufissen. Also, einerseits, deine Frage ist, warum ich allgemein mich mit dem Thema Bulimie und warum ich der Protagonistin diese Krankheit und keine andere psychische Erkrankung praktisch... Ich glaube, es ist der erste Roman, den ich gelesen habe, auf dem Niveau, der sich mit Bulimie beschäftigt. Ja, ich war selbst betroffen, ich habe sehr, sehr viele Jahre, 13 insgesamt, hatte ich Essstörungen. Essstörungen sind ja so, dass sie zwar immer wieder, man versucht sie einzugrenzen und da die Diagnose zu stellen, aber wer sich damit auskennt, ob jetzt nun aus der betroffenen Sicht oder aus der professionellen Sicht, weiß, dass sie sehr fluide sind. Also, sie lassen sich nicht fassen. So, und ich habe meiner Zeit, vor vielen Jahren, irgendwann auch Ökotrophologie studiert, das ist Ernährungswissenschaft, mitunter, weil ich jung und naiv war und dachte, wenn ich besser das Essen verstehe und die Ernährung eines Menschen, dann werde ich besser meine Krankheit verstehen und dann werde ich heilen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich war sicherlich nicht die einzige Betroffene in diesem Studiengang, da gab es diverse andere. Also, so ein Studiengang zieht vermutlich nicht nur solche, aber auch solche Menschen an, die glauben, durch eine noch weitere, noch tiefer gehende Beschäftigung mit der Ernährung des Menschen werden sie diese völlig aus den Fugen geratene Essstörung kurieren können. aber das Essen war ja schon von Anfang an, also es ist nie das Problem einer Essstörung, das glauben viele, aber das ist es halt nicht, es ist einfach nur ein Symptom. Ja, und damals hatte ich mir geschworen, damals habe ich noch überhaupt nicht daran gedacht, dass ich schriftstellerisch jetzt tätig sein werde. ich muss dazu sagen, ich habe Legasthenie, weshalb ich jegliches Geschriebene von mir ja eher schambehaftet verborgen habe, weil das ja voller Fehler war und es ist für andere Leute gewesen, die sowas nicht haben. Und ich hatte mir aber damals geschworen, sollte ich jemals gesund werden, wovon ich wirklich schon mit den Jahren immer weniger überzeugt war, würde ich das künstlerisch irgendwie, würde ich darauf künstlerisch aufmerksam machen. Ich würde das künstlerisch verarbeiten und ich wusste damals, also vom Schreiben ging ich nicht aus, ich dachte eher an vielleicht an Zeit, weil ich zeichne auch, ich dachte vielleicht an ein illustriertes Buch, vielleicht an auch an ein Theaterstück, ich dachte an irgendwas, aber ich hatte das Gefühl, das ist eine Krankheit, die ist so verborgen, die ist so verboten, darüber gibt es nichts. Jegliche Essstörungen, die ich bis dahin literarisch oder so screenmäßig gesehen hatte, das waren ausschließlich sehr stereotype Magersuchtsbilder und ja, als ich dann letzten Endes gesund war und auch einen gewissen Erfolg mit meinem ersten Roman hatte, klingelte das Versprechen in meinem Kopf und ich wusste, ich muss es halt einlösen. Danke für diesen Abriss erstmal, Lana. Wir wollen erwähnen, du bist sehr erfolgreich im Netz, gar nicht mit deinem eigenen Namen, sondern mit einem Instagram Account, der heißt Eva and her Demons. Ganz kurz erklär uns das, das ist eine gezeichnete, du bist Illustratorin, auch eine gezeichnete Figur, eine Protagonistin, Indie. Genau, es ist eigentlich, ist es so, dass ich Alisa eben diese, ich nenne es mal Charaktereigenschaft des Zeichnens und Malens gegeben habe und ja, und sie setzte sich dann eben zeichnerisch auch mit jeglichen Dingen auseinander, aber dieses Talent hat nie Anerkennung gefunden, bis zum Schluss, das will ich nicht zu viel spoilern, jedenfalls hat sie irgendwann eben einen Account eröffnet, wo sie dann sich mit ihrer Problematik und mit den Themen als Webcomic auseinandersetzt und weil ich halt mich noch besser in sich hineinversetzen wollte und weil ich halt eine wirklich ziemlich harte Schreibblockade hatte, habe ich aber produktiv sein wollen und habe deswegen das getan, was die Figur machen würde und habe dann praktisch bin dann praktisch in die Figur hineingegangen und habe versucht, sie zu denken, zu leben und auch zu zeichnen, was sie zeichnen würde und diesen Account zu machen und auch zu gucken, was macht es mit einem und wie viel Anerkennung bringt es denn sowas, wie viele Menschen erreicht man mit sowas, also wie viele Leute interessiert sowas überhaupt und war dann wirklich sehr positiv überrascht, dass es doch so viele interessiert 3000 in weniger Wochen die waren sehr schnell zusammengekommen ein erfundener Account einer erfundenen Figur aber mit den Inhalten, die real sind, die du beschreibst und der dann sozusagen von sich als Selbstläufer im Netz auf einmal einschlägt Ich musste das dann praktisch mich enttarnen, weil so viele Nachrichten kamen, die sagten so, ja, liebe Eva, und das konnte ich halt nicht machen, weil das waren ja Menschen dahinter, die ich dann mit den Bildern erreicht habe und die mir dann so persönliche, private Dinge schrieben, auf die ich auch persönlich antworten wollte und irgendwie musste, weshalb ich mich dann so zu erkennen habe, irgendwie, was heißt zu erkennen, also irgendwie musste ich das einmal diesen Dreher im Kopf der Menschen hinkriegen, die dem gefolgt sind, dass diese Figur, die das macht, im Grunde halt eigentlich eine Figur aus einem Roman, das ist eigentlich so komisch. Sehr merkwürdig. Ja, sehr merkwürdig, ich weiß. Aber interessant lohnt sich diesen Account anzuschauen, Eva and her Demons. Lana, deine Heldin Alisa kommt dann von der Großstadt in den zweiten Raum des Wahnsinns, wie wir es jetzt mal sportlich genannt haben, in die Klinik. Du schilderst, wir können das heute immer nur streifen bei zwei Büchern, so einem großen Thema. Es ist wirklich ein packendes Buch, was schildert, wie einsam eine Bulimikerin auch mit ihrer Sucht ist. Du hast angesprochen, jemand, der unter Magersucht leidet, sehr, sehr dürr wird, ist eher sichtbar als eine Person, die sozusagen eigentlich ein mittleres Gewicht hat und eben Fressbrechanfälle hat. So ist es sozusagen, glaube ich, zu schildern. Was für einen unglaublichen Zeitaufwand, auch Geldaufwand, Organisationsaufwand, Tarnung des Sich-Übergebens vor der Familie Mitgliedern. Also es ist wahnsinnig, einen ganz fast lakonischen, nüchternen Ton aufgeschrieben, dadurch unglaublich packend im Roman. Die Stelle, die uns natürlich oder den Moment, der uns heute für unser Thema besonders interessiert, ist der, in dem Alisa in eine Klinik kommt. Und vielleicht, wenn du bereit bist, würde ich sehr, sehr gern die Stelle jetzt, dass wir uns anhören können, den Moment, wo Alisa aus ihrem großstädtischen Umfeld, mit ihren Jobs, ihren Freundschaften, die alle nicht so ganz, ganz koscher und in Ordnung sind, ausbricht und wie in eine Parallelwelt ja eigentlich eintritt. Ich will nicht zu viel verraten, aber ganz oft auch im Realen ist es ja so, dass psychiatrische Kliniken dann außerhalb der Stadt, im Grünen, vor den Toren der Stadt ein geschützter Raum sind. Ein Safe Space hilft ja den Betroffenen. Für wen eigentlich? Für wen? Das sind Sachen, die wir vielleicht im Anschluss dann diskutieren. Manchmal sagt man, die Leute werden weggesperrt, oft suchen sie aber auch selber Hilfe für verschiedene Vorgänge. Ich fände es ganz toll, Lana, wenn du an der Stelle uns den Einzug in die Klinik vorlesst. Sehr gerne. Es ist eine sehr leichte, eine der sehr leichten, wenigen sehr leichten Szenen. Der Bus riss die Naht zwischen dem Himmel und dem Asphalt auf, rollte den Hügel hinunter in die Sackgasse, schwank sich in die Kurve des Wendekreises und hielt schließlich an der Endstation Klinik schöne Aussicht an. Alisa stieg aus, sie war die letzte Passagierin, niemand stieg ein und der Bus fuhr ohne Fahrgäste wieder weg. Der Himmel war wolkenlos, die Sonne strahlte, das Gras grünte, die Vögel zwitscherten und das Klinikgebäude sah wie eine hübsche Pension aus. Alisa war beinahe verstört von dieser Idylle, war sie überhaupt krank genug für einen stationären Aufenthalt und durfte es in einer Klinik eigentlich so aussehen, als wäre man im Urlaub. Jemand tippte ihr an den Unterarm. Hallo, kann ich Ihnen weiterhelfen? Alisa sah eine zierliche kleine Frau in gebartigter Tunika und Bluderhose, barfuß. Die Frau lächelte, schimmte die Augen mit der Hand vor der Sonne ab und schaute zu ihr hoch. Sind Sie gerade angekommen? Wollen Sie zur Anmeldung? Kommen Sie hier lang, dieses rote Gebäude, das weiße da drüben ist für die Privatpatienten oder sind Sie, Alisa schüttelte den Kopf. Dachte ich mir, kommen Sie mir nach, es ist direkt da drüben, wo die Stufen runtergehen, sehen Sie? Die Frau ging vor, ihr blondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, wippte bei jedem ihrer Schritte auf und ab. Alisa überlegte, ob diese kleine Frau eine Ärztin oder eine Patientin war, während sie ihr auf einem mit kleinen Kieselsteinchen bedeckten Weg folgte und den Koffer wie ein Pflug hinter sich herzerrte. Ich bin Dorle, sagte die Frau, ich bin hier Therapeutin, Tanztherapeutin und DBT. Dialektisch Behaviourale Therapie heißt das. Alisa nickte, vergaß im selben Moment, was DBT bedeutete, verweilte in Gedanken kurz bei Tanztherapie, strich dann Therapie aus dem Wort und dachte nur noch an Tanz, an Ballett und an Marsha. Dorle trat zur Seite und hielt Alisa und ihrem Koffer die Glastür auf. Nun stand sie in einem kleinen Vorraum zu allen Seiten aus Glas, von dem eine kleine Treppe runter in das große Foyer führte. Da wären wir nur noch eine Treppe, sagte Dorle und als sie Alisa schwer ausatmen hörte, schnappte sie sich den Koffer und schaffte ihn mit einem Satz die Treppe hinunter. Alisa war überrascht von der Kraft und Energie dieser zierlichen Frau und schämte sich gleichzeitig als große Frau der anderen zur Last gefallen zu sein. Schon immer war sie es gewesen, die anderen den Koffer trug, nicht umgekehrt. Sie müssen hier nach links zu dem Schwesterzimmer, dort werden sie aufgenommen, sagte Dorle. Ich schätze, wir sehen uns die Tage, ich muss jetzt leider wieder weiter, aber sie kommt zurecht, ja? Ohne sich recht zu bedanken, nahm Alisa ihren Koffer und schaute sich nach dem Schwesternzimmer um. Sie stand in einem großen Foyer, durch dessen bodentiefe Fenster sie das Bergpanorama erblickte. Rechts war ein Bereich mit Tischen, Stühlen und einem Flügel, links eine Sitzecke, bestehend aus mehreren Sesseln und Sofas. Sie drehte sich um und entdeckte eine große Glasscheibe, hinter der eine Frau saß. Alisa ging hin, stellte sich dicht an die Glasscheibe und wartete darauf, dass die Frau sie zur Kenntnis fragen, die Augenbrauen. Ich bin hier wegen, also ich bin mit dem Bus gekommen, gerade, ich muss hier also, brachte Alisa hervor, anmelden, fragte die Frau. Wollen Sie sich anmelden? Ja. Vielen Dank für diese Ankunft in der schönen Aussicht. Im Roman verweilt Alisa dort eine Weile, wir als LeserInnen verweilen auch mit ihr dort eine Weile und interessant fand ich vor allen Dingen, wie Alisa einerseits zur Ruhe kommt, einerseits, andererseits eine neue Welt hat, wie ein geschlossenes System ein bisschen, in das sie sich wiederum einzufügen hat. Man lässt ihr relativ viele Freiheiten, es gibt Gruppentermine, Sitzungen mit der Therapeutin und zunächst verweigert, wenn ich das kurz so sagen darf, oder ist Alisa sehr skeptisch auf diese Programme, die da auf sie zukommen, verweigert sich dem etwas, fügt sich dann aber ein und erfährt vieles Neues über sich. Es ist definitiv ein geschützter Raum mit ganz klaren Regeln und es gibt eine andere Insassin, sozusagen, eine andere Patientin, Franzi, die begegnet Alisa, die lernen wir jetzt heute wahrscheinlich hier nicht kennen, in der Textprobe kaufen sie den Roman, aber diese Franzi sagt zu Alisa einen Satz, der mir kennzeichnend zu sein scheint für Gegenwart, die dann auch wieder Matthias' Geschichte ein bisschen mit reinholt. Es ist eine These, diese Frage, die ich euch stelle. Diese andere Patientin, die schon relativ viel Klinikerfahrung hat, Franzi sagt zu unserer Patientin Alisa, war nicht den besten Eindruck zu machen, das zentrale Lebensziel eines jeden Menschen. Also dieser beste Eindruck, den Alisa bemüht sich irgendwann auch in der Klinik zu machen, mehr oder weniger, den Alisa, die junge Frau, versucht in ihrer Umwelt, in ihrer Gegenwart zu machen, als gute Kellnerin, die Trinkgeld bekommt, als hübsche, attraktive junge Frau und gleichsam der Eindruck, den Migranten, MigrantInnen vielleicht sich gezwungen sehen, machen zu müssen, in einer Welt, die ihnen anfangs fremd ist. Wäre das diese Bilder, die zugeschrieben werden, wie man ist, ob man normal ist, ob man gesund ist, ob man erfolgreich ist, das schimmert auf unterschiedliche Weise, ich versuche das jetzt ganz grob mal zu raffen, bitte widersprecht mir, liebe Schriftstellerin, wenn es falsch ist, ist das sozusagen eine Bombe, die tickt im Hintergrund, ist das etwas, was sehr gegenwärtig modern ist, der Druck, etwas Besonderes, Schrägstich Erfolgreiches zu sein, oder widersprecht ihr mir bitte und wenn, dann ganz vehement, ob das zu tun hat mit den Zuständen, die eure Figuren erleben. Also ich würde schon sagen, dass ganz allgemein betrachtet, aber auch ganz konkret jetzt auf meine Protagonisten und das ist schon ein zentrales Thema, etwas zu sein, in etwas hineinzupassen, was vermeintlich gut, richtig und erfüllend ist. Also es ist für beide Protagonistinnen ja der Fall. Also es wird zunächst ein Rahmen, eine Form gedacht und diese Form versuchen sie auszufüllen. ob das ja, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall etwas ist, was zu groß zum Unglück führen kann. Eine gedachte Form mit dem tatsächlichen Leben ausfüllen zu versuchen und nicht andersherum das Leben zu leben und dann sich die Form anzuschauen, die es dann praktisch ergibt. Matthias, vielleicht kannst du auch was sagen, ganz kurz, ich kegel das ganz fahrlässig zusammengefasst rein. Es gibt tatsächlich unglaublich viele interessante Studien aus den letzten zehn Jahren, die sich mit Armut und Minderheitenstatus beschäftigen und festgestellt haben, dass psychische Belastung in dem Moment zunimmt. Erstens ist sozusagen diese Zunahme von psychischen Belastungen und Krankheiten in den Städten, die wir vorhin hatten, 70 Prozent ein Phänomen, was in sogenannten westlichen reichen Staaten stattfindet, was man in anderen Megacities in der Südhalbkugel so psychologisch nicht feststellen konnte. Also deswegen komme ich jetzt mal auf diese Frageschiene Erfolgsdruck darstellen und tatsächlich gibt es für den Wedding interessanterweise, das fand ich so interessant, weil ich auf der anderen Seite des Wedding wohne, auch Berlin-interne Untersuchungen, wo psychotische Zustände, aber auch Depressionsbefunde in etwas ärmeren, raueren Teilen vom Wedding stärker ausgeprägt sind als in anderen. Also prozentual kann man das über die Gesundheitsämter sozusagen auf Stadtteile herunterbrechen. Und ganz interessant, dass wirklich Migrantinnen und Migranten Kinder der dritten Generation oft wie posttraumatische Störungen ihrer Eltern, also Anpassungsleistungen die Eltern erbrachten, sich auf die dritte Generation auswirkt. Das scheint gegeben zu sein. Ich kegele das noch mit rein, Matthias, weil du vielleicht anschließen möchtest an das, was Lana gerade überlegt hat. Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass dieses Problem etwas sein zu wollen oder etwas entsprechen zu müssen, immer dann, also jeder Mensch ist ja im Prinzip ein gesellschaftliches Wesen und im Zusammenhelfen mit Gesellschaft entsteht, zumindest in unseren Gesellschaftsformen, die eben so eine Utopie entwerfen von du kannst es schaffen erfolgreich zu sein, wenn du dich nur genug anstrengst, du kannst ein tolles Leben haben, das tolle Leben schaut so und so aus, in den Werbungen wird es ja gezeigt, dass jeder Mensch, darauf trifft, natürlich irgendwie so eine Diskrepanz empfindet und das hat schon so etwas von Heilsversprechen auch, also man ist sozusagen unglücklich, weil man nicht das ist oder das hat, was einem eigentlich versprochen wurde und man schiebt aber sich selbst die Schuld zu, also das ist im Grunde genommen praktisch eine Lebens oder eine Gesellschaftsstruktur und eine Gesellschaftserzählung, die das wahrscheinlich begünstigt, also sozusagen diese kapitalistische Utopie oder wie möchte man das nennen, die begünstigt sozusagen das Gefühl sich minderwertig zu fühlen, wenn man bestimmte Dinge nicht erreicht und so weiter und so fort. Dagegen gibt es einige Mittel, viele Leute sind dann religiös oder finden ihre Erfüllung in irgendwas anderem oder es gibt dann eben diese Yoga und was weiß ich, also es gibt viele Angebote, die das praktisch auch irgendwie angeblich auf eine andere Art und Weise liefern, aber in Wirklichkeit sind sie eigentlich auch von so einem Selbsteffizienzzwang irgendwie durchwachsen, also ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen, die Yoga machen, machen es eigentlich auch so wie ein Hardcore-Sport, also auch da lauert das sozusagen und das hat eben glaube ich schon viel mit Selbstbild und Fremdwahrnehmung auch zu tun, weil wir pausenlos eigentlich abgleichen, okay, weil wir wissen, also ich glaube, ich habe so das Gefühl, wir wissen irgendwie nicht den eigenen Wert, von außen, es gibt irgendwie wie kein Nichts in uns, was uns praktisch so, und vor allen Dingen ist das eben bei Menschen, die Taumata erlebt haben oder die zum Beispiel in Familien aufgewachsen sind, wo Taumata schon vererbt wurden, dieses Gefühl wird weitergegeben, so ja, wenn es dir schlecht geht, steng dich nicht so an, also ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie, steng dich nicht so an, du musst einfach mehr arbeiten, dann, ja, also genau, ja, dann stell dich nicht so an, steng dich nicht so an, wäre genau das Umgekehrte. Also, das heißt, man jagt etwas hinterher in der Hoffnung, da ist irgendwie das Glück oder da ist irgendwie die Selbstzufriedenheit, ja, die letzte große Utopie war dann diese Utopie des Silicon Valley, sozusagen die sogenannte Selbstverwirklichung, du kannst ganz individuell arbeiten, du kannst irgendwie von zu Hause aus arbeiten, du kannst ganz kreativ sein und so weiter, auch das erzeugt aber im letzten Endes so eine, ja, so eine, so eine Entfremdung von sich selbst oder so, wenn, aber ich frage mich dann auf der anderen Seite, ja, was ist denn dieses Selbst überhaupt? Also, weil viele Leute sagen, ja, ich möchte endlich mal ich selbst sein, aber was bedeutet das? Also, was ist das für ein Konstrukt? Also, irgendwie finden wir uns in einer Situation, in der wir das Konzept haben, ja, man selbst und irgendwie Glück, aber es verliert sich so ein bisschen, durch was wäre das denn letztendlich erreichbar, außer eben durch Leistung und durch irgendwie Funktionieren in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen und Erfolg in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen. Du ziehst den großen, auch sehr politischen Bogen, Matthias, zurück auch in die Historie, in deinem Roman, auch immer wieder Religion, Verlust von, also Gottes Tod, wie wir wissen, Sainice und anderen. Diese Lücke beleuchtest du sehr ernsthaft, auch sehr schmerzhaft. Lana beschäftigt sich ein bisschen mit einem, ich sage jetzt einfach mal, etwas jüngere Romanfiguren, jüngeres Klientel, etwas weniger in der Vergangenheit verhaftet, sondern eigentlich ihre Heldinnen, auch die Mutter von Alisa, übrigens Tanja, die sehr nach vorne denken und eigentlich vor allen Dingen Tanja, die Mutter Vergangenheit eher hinter sich lassen wollen, mitspielen wollen, sehr moderne Frauen sind. Ich würde da ehrlich gesagt sogar ein bisschen anschließen wollen, denn im Grunde ist es, also einerseits, was du Katja meinst, dass es halt wirklich bis in die dritte Generation sich Trauma da vererben können und was du ja auch ansprichst und das ist im Grunde in der Familiengeschichte meiner Protagonisten Protagonisten, ja genau das, also die, es sind ja, beide sind für mich irgendwie Hauptprotagonistinnen, aber dadurch, dass die eine vielleicht etwas größeren Papierteil bekommen hat als die andere, könnte der Eindruck entstehen, die eine wäre wichtiger als die andere, das überlasse ich jedem so, aber an sich ist es ja so, sie ist mit zwei Jahren nach Berlin gekommen, sie hat keine tatsächliche Migrationserfahrung, aber sie fühlt sich halt nicht als sie selbst, sie fühlt sich halt fremd. Was wäre denn sie selbst? Also wodurch würde sie wissen, ich habe mein Selbst jetzt erreicht? Also ich bin kongruent mit diesem Selbst, was ich mir denke. Das hat sie nicht, sondern hier kommt auf die Frage, wo kommen diese Selbst her? Bei Alisa ganz klar die Antwort, das Selbst ist das, was die Mutter für richtig halten würde. Und wenn wir dann wiederum zu dieser Mutter gehen und schauen, wie ihre Prägung war, von wem sie großgezogen wurde, was sie alles verloren hat, welche Hoffnungen sie eigentlich in sie auch gesteckt wurden, zum Beispiel diese ganz klar Hoffnung, die in diese Protagonistin von ihrer Großmutter gesteckt wurde, du sollst nicht eine Alleinerziehende sein, du sollst nicht allein sein. Du musst dieses Schicksal brechen und eine Familie haben, einen Mann haben, du sollst nicht die Gebrauchte sein, die dann weggeschmissen wird. Und plötzlich ist halt das Jagen, was sie macht, in diese Richtung im Grunde gelenkt, aber ist es ihr selbst oder ist es im Grunde eigentlich schon von viel vorher determinierte Suche, der Fokus wurde schon im Grunde ihr vorgegeben und sie gibt wiederum alles halt auch dann weiter. Also, ja. Ich verstehe den Link zwischen euren sehr unterschiedlichen Texten und Heldinnen. die große Wanderung, ich nenne das mal die große Migration. Ich würde jetzt in unseren letzten 10, 15 Minuten, die wir noch haben, ich habe auch ein bisschen geschaut, was so an Reaktionen kam, es geht so in die Richtung, die ich jetzt noch steuern will, nochmal ganz konkret auf die Räume kommen, nämlich Stadt und eben Klinik, der sozusagen geschützte Raum, über den, wenn wir uns zum Beispiel die Veranstaltung Mental Health, die gestern schon liefen, anschauen, über den inzwischen ja gesprochen wird. Also, man könnte vermuten, es ist kein Tabu mehr, würde ich sagen, oder immer noch, aber es bricht merklich auf in den letzten 5, 10 Jahren, zumindest in Deutschland, dass über mentale Ausnahmezustände, seelisches Leid in verschiedener Form sicherlich mehr gesprochen wird als noch vor 20 Jahren. Und ich komme nochmal zurück, Jana Selig hatte das eben gestern so interessant mit der kleinen Migration innerdeutsch vom Dorf in die Großstadt. Ist Berlin zum Beispiel als Stadt, es könnte auch Hamburg sein, es könnte bestimmt auch Köln oder München sein, also eine große Stadt, die diese beiden Versprechen ja beinhaltet. Einerseits Individualität, doch mit Jobs irgendwie jemand werden, es zu schaffen. Ich glaube, das hat ihr beides kitziert, da gibt es einen gewissen Druck, das zu schaffen, aber auch eine Hoffnung, die sich verbindet. Gleichzeitig ein Ort, in dem alles etwas liberaler, freier ist, wo man vielleicht eher ins Gespräch kommt und trotzdem dieses wahnsinnige Leid, was jetzt eure beiden, eure aller Heldinnen eben so für sich dann doch mit ausmachen. Also die Frage ist, ist die Stadt ein Ort, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Macht so eine Stadt Menschen potenziell eher verrückt oder bietet sie auch Möglichkeiten, sich verrückt, in Anführungszeichen natürlich gedacht, zu kurieren? Gibt es viele, denen es gleich geht? Und letzter Anhang dieser sehr langen Frage, ich gebe es zu, die Klinik als extraterritorialer Planet, als Satellit, als geschlossenes System, das fasziniert mich immer noch, vielleicht magst du dazu noch mal was sagen, also wie geht es, Alisa, als sie dann aus der Klinik wieder hinauskommt, ist sie gestärkt, gestillt, verändert? Wie funktioniert das, dieses ruhige, abgeschlossen sein und dann wieder die große Maschine, in der man ein Schräubchen ist? Ja, also für Alisa ist das ein langer Aufenthalt in dieser Klinik, der sie aber aus ihrer Maschine einmal herausholt und dann diese sehr konzentrierte Form von Psychotherapie einfach bietet. Die Frage wäre ja, hätte sie jetzt eine Therapie ohne eine Klinik gemacht, wäre das genauso sinnvoll, wäre das genauso erfolgreich, hätte sie eine Tagesklinik besucht, wäre das vielleicht genauso erfolgreich. Nun habe ich aber jetzt diesen stationären Aufenthalt so gewählt für sie und der hat sie auf jeden Fall in Richtung Wiederherstellung der Gesundheit bewegt. Suchterkrankungen sind ja etwas, was häufig nur praktisch eingefroren werden kann, also dass es einfach nicht weiter Symptome zeigt und nicht aktuelle Phasen irgendwie wieder hervorbrechen. Ansonsten ist es eigentlich häufig eben ein Bewältigungsmechanismus für so eine Persönlichkeitsstruktur. Also eine Sucht ist ja häufig eben dieses Bewältigungsmechanismus, weil eben kein besseres aufgebaut werden konnte. Und insofern bleibt diese Problematik sicherlich bei Alisa ihr Leben lang, auch wenn sie hoffentlich ja, damit dann besser leben kann. Also dann wäre sozusagen wirklich, dass die Kur der Safe Space, wie man sagen könnte, wirklich eine Insel, die sehr wertvoll wäre, um wieder in dieser Maschine letztlich mitspielen zu können. So hast du es jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Ich glaube, was Klinik bietet, ist einfach die Zeit, sich dieser Psychotherapie zu widmen, während viele andere Bereiche einem abgenommen werden. Und ja, das ist einfach so eine, das ist also eine, in einer Klinik zu sein, ist für viele Leute im Grunde nicht unbedingt Urlaub, sondern Arbeit, schwere Arbeit an sich selbst. Man kann heute darüber, aber habe ich den Eindruck, oder bin ich da jetzt zu sehr in meiner Blase, wie man sagt, man kann heute an einem Ort wie in Berlin aber darüber sprechen. Also das meine ich auch mit Enthabisierung. Es gibt doch sehr viele Leute an so einem großstädtischen Ort, die zumindest über Therapie, Therapieerfahrung, ihre Therapeutinnen oder Innen sprechen, teilweise auch in Partygesprächen, relativ offen damit umgehen, auch mit Klinikaufenthalten, die sicherlich noch mal tabuisierter sind. Ich habe überhaupt keine Erfahrung damit, aber ich würde da teilweise zustimmen. Also teilweise ist das... Du darfst doch kritisieren, Social Awkwardness. bitte noch einmal ins Spiel bringen, was du gesagt hast. Also zunächst mal möchte ich darauf eingehen, dass das praktisch, wo du ja schon Partygespräche erwähnst, also das im wortwörtlichen Sinne salonfähig ist, zu sagen, ach meine Therapeutin, sie hat gesagt, also wenn das auftritt, dann muss ich das und das machen. Das ist cool, das ist Pose, das kann sein, das darf sein. Man darf auch über lange zurückliegende Ereignisse sprechen, auch vielleicht mal stationär. Ich kenne niemanden, der auf einer Party sagt, ja, als ich damals in der Psychiatrie auf der Geschlossenen war, das sagt niemand auf einer Party. Also selbst die Person, die halt noch mal erwähnt, dass die Therapeutin jetzt gerade das und das empfiehlt, sie erzählt nicht, wie es halt vor drei Jahren für die zwei Wochen auf der Geschlossenen war. Das wird halt in einem anderen Setting vielleicht erzählt, vielleicht auch gar nicht. Und generell dieses Darüber Sprechen, ich finde, das kommt halt sehr, sehr stark darauf an. In dem Moment, wo wir in den Bereich Arbeit, Arbeitsverhältnisse, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sprechen, Spätestens da ist es definitiv ein absolutes Tabu-Ding. Es ist immer noch einfach damit belegt, diese Person ist nicht zuverlässig, man weiß nicht, wie mit so jemandem dann umzugehen ist, tickt diese Person eventuell dann wieder aus. Und auch, dass wir darüber sprechen, ja, wir sprechen darüber, aber genauso, wie es halt als vor 20 Jahren oder vielleicht auch ein bisschen mehr viel über Essstörungen gesprochen wurde, weil das halt so eine Krankheit der jungen Frauen des 20., also des spätesten 20. Jahrhunderts war, so wie vorher dann eben vielleicht die Hysterie, die sogenannte Hysterie war, genau, wären darüber gesprochen, es wird nur über eine ganz bestimmte Form davon gesprochen. Und bitte über nichts anderes. Und es wird auch nur in einer bestimmten Form gesprochen. Und ganz, ganz viele andere Dinge, gerade chronische psychische Erkrankungen, mit denen Menschen auch ja funktionieren, die dürfen meines Eindrucks nach weiterhin eigentlich nicht so angesprochen werden. Denn ganz schnell ist man unzuverlässig unzuverlässig und Leute haben Berührungsängste. Was ist das dann halt für ein Mensch? Matthias, vielleicht dir jetzt als wirklich letzte Frage an euch beide, aber Matthias jetzt gestellt. Muss Stadt anders gebaut sein? Muss sie sozial anders strukturiert sein? Es gibt ein Planungs-, ein interdisziplinäres Forum für Neuro-Urbanistik mit einem Leiter, Master Adli, habe ich gelesen als Vorsitzenden. Es gibt tatsächlich Ansätze seit einer Handvoll Jahren in Berlin verwurzelt, dass man Neuro-Urbanistik erforscht, Städte, also Stadtbau anders zu gestalten, nicht nur grüner Begegnungsorte, die Stadt wieder sozialer zu machen. Ist ein Ansatz in den Wissenschaften. Ihr nickt heftig. Ich würde auch sofort nicken, das klingt gut. Matthias, nachdem Lana eben gerade noch mal skizziert hat, einerseits ein bisschen Offenheit, aber das darf gern kokett sein und letztlich auch wieder so eine Success-Geschichte. Ich bin auf einem guten Weg oder ich habe das überwunden. Das hat mit deinen Figuren sehr gut zu tun. Matthias, du, der auch viele andere Städte, historische Orte in deinem Roman immer wieder aufblitzen lässt, bist in die Antike zurück. Was wäre die ideale Stadt? Was ist die Hoffnung an Urbanität, die du als Mensch und Autor formulieren können würdest? Also inwieweit muss sich Sozialität in der Stadt dann vielleicht verändern, wenn wir ganz unterschiedliche Geschichten haben von Leidensdruck, der als Erfolgsleidensdruck zum Teil in der Stadt funktioniert und alle eure Heldinnen und Helden das eigentlich so für sich im stillen Kämmerlein nach außen funktionieren, aber hinter verschlossener Tür doch sehr allein sind. Was könnte so eine Hoffnung sein, dass die Stadt nicht zur Klinik wird oder in sich Klinik sein kann, weil sie auch wieder heilen kann, was sie anrichtet? Ich spinne jetzt, aber gibt es da so eine Kurve? Naja, ich meine, ich bin da natürlich nicht besonders eingelesen, aber also in diese Entwürfe, aber ich könnte mir schon zum Beispiel vorstellen, dass, also weil wir haben es ja eigentlich, insofern finde ich diese Kombination dieser beiden Räume schon interessant, weil die Klinik ist ja, oder der Mythos der Klinik ist ja erstmal sozusagen ein Raum, der auch geordnet ist, also wo es dann Regeln gibt und wo man praktisch, also das hat immer mit Gesellschaftsbildern oder mit Werten zu tun, ja, was wird als krank angesehen und was ist sozusagen noch normal, was nicht und was muss dann passieren, damit die Person gesund wird und die Klinik ist ja vermeintlich ein Ort, wo eben alles nach bestimmten Regeln funktioniert, das ist oft im Grünen, das heißt Beruhigung und so weiter und Stadt ist ja eher, der Mythos der Stadt ist ja praktisch eben nicht Ordnung, sondern, also die Großstadt, irgendwie so Chaos, aber häufig im positiven Sinne, also dass die Vielfalt der Möglichkeiten, deswegen auch die Erzählung, was ja zum Beispiel bei, was ja Woody Allen so groß gemacht hat, ja, dieses Sprechen über Therapie und so weiter und über Beziehungen sprechen und so weiter, da schwingt aber eben immer mit, man hat es irgendwie im Griff trotzdem, also ich würde auch Lana zustimmen, dass eine Erzählung von, ja, du, mir geht es echt seit Tagen beschissen und ich, also auf einer Party, ja, wenn jemand wirklich so anfängt zu reden, das würde nicht funktionieren, genauso der Arbeitgeber, ja, also die Krankheit oder wenn jemand in einer Therapie ist, ist es schon noch verbunden mit Scheitern, also wir haben das Bild von, ah, da scheitert gerade jemand und wenn man jetzt sich fragt, okay, gibt es, also kann man über die Architektur einer Stadt darauf zugreifen, dann könnte man sich fragen, zum Beispiel, naja, wodurch entstehen, wodurch entsteht, also, oder welche Faktoren begünstigen bestimmte psychische Erkrankungen, da ist sicher zu nennen, eben zum Beispiel Vereinsamung in vielen Fällen und das hat natürlich dann schon mit der Stadt zu tun und wie sie aufgebaut ist und gibt es so etwas wie Kommun, also so eine Community irgendwie da, wo man wohnt, gibt es einen Ort, wo man sich treffen kann, wo eben auch Menschen zusammenkommen aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen, also es gibt ja von Sigmund Baumann so ein paar schöne Essays zum Thema, der hat den Begriff gepickt Vergegnung, also der hat so die Theorie, dass die Postmoderne eigentlich im Grunde genommen eben sehr damit zu tun hat, also sehr viel auch damit zu tun hat, dass Menschen sich möglichst eben nicht begegnen sollen, das heißt alles ist so gebaut, die Malls sind so gebaut, dass wir, also wenn es da irgendwo zum Beispiel diese Sofas gibt, wo man sich ausruhen kann, dann weist das eine Sofa in die Richtung, das andere in die und das dritte in die Richtung, sodass man auf gar keinen Fall Blickkontakt aufbaut und praktisch immer so in der eigenen Gruppe bleiben kann. Gleichzeitig gibt es in Städten immer schon diese Orte der Begegnung, also das Kaffeehaus, also eigentlich eine Idee aus dem 19. Jahrhundert, wir assoziieren das ja eigentlich mit dem Anfang der Moderne oder so, gab es aber natürlich schon früher, aber ich denke mal, das Städte, also das, was an Großstädten theoretisch krank macht, ist möglicherweise eben das, dass es sehr leicht ist, sozusagen, wenn man schon den Hang zur Einsamkeit hat oder zur Traurigkeit oder zur Depressivität beispielsweise, einfach verloren zu gehen, irgendwie den Bezug zu verlieren, auch zum Beispiel, wenn man seine Arbeit verliert, ist man schon nicht mehr in einer Community. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man nach Berlin kommt, einfach ohne, also weder zum Studieren noch zum Arbeiten, das heißt nicht sofort Leute kennenlernt über die Struktur, in die man dann reinkommt, dann ist es sehr schwer, irgendwie eine Community aufzubauen, in der man irgendwie aufgehoben wäre. Das hat natürlich dann auch eben viel mit, ja, so sozialen Ungerechtigkeiten zu tun, denn auch da gibt es ja immer eine Trennung, ja, also die Ärmeren werden immer weiter hinausgedrängt, das sieht man ja in Berlin sehr schön, dass das Zentrum wird immer teurer und so weiter und so fort. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es Möglichkeiten gäbe, das irgendwie zu regeln oder eben das Grüne, ja, aber ich weiß nicht, ob es den Kern, ob es den Kern berühren kann. Ich meine, es gab solche Projekte ja schon, also die, die moderne, sowohl im, im sowjetisch geprägten Teil Europas, als auch die moderne im kapitalistisch geprägten Teil, hat ja Architekturen produziert, die ja genau diese soziale Idee hatten, also das sieht man auch in Berlin, diese von Gropius oder diese auf der Westseite und dann eben die Plattenbauten auf der Ostseite und ich weiß nicht, ob das irgendwie so diese, ja, diese Entfremdung der Individuen in unseren heutigen Gesellschaften, ob das wirklich was bringt. Ich denke schon, dass es vielleicht im Kleinen was bringen kann. Mir ist aufgefallen persönlich, ich habe bei einem Savigny-Platz in Charlottenburg ein paar Jahre in Berlin gewohnt, dann war ich auch in Hamburg ein halbes Jahrzehnt. Jetzt wohne ich im Wedding und wir haben zwei Sänger, eine Frau und einen Mann, das sind im liebevollen Sinne verrückte Leute. Er ist so um die 30, Ende 30 und sie ist wahrscheinlich Anfang 60. Die stellen sich auf einen kleinen Platz sozusagen und halten Vorträge und singen, teilweise stundenlang, auch sehr laut, jetzt wenn gutes Wetter ist, im Freien sozusagen draußen. Und interessanterweise, solche Menschen dürfen stattfinden und sich äußern in einem eher abgerissenen, etwas ärmeren Wohnviertel, das jetzt gerade kommt und sich entwickelt, sagen sie alle der Wedding, aber wirklich ein einkommensschwaches, sehr durchmischtes Viertel. Und da habe ich das Gefühl, ist es sozialer und fairer und man lässt die Leute machen. Der eine brüllt mal zurück, ey, alte Klappe, und dann brüllt der Sänger zurück, lass mich doch. Das wird geregelt und die Leute, man nickt sich zu, man spricht mit denen. Die finden in anderen, also auch eine andere Art, eine harmlose Art von vielleicht anders sein. Die finden in reicheren Stadtteilen weniger statt, das stimmt wohl. Wir können hier natürlich Stadtpolitik jetzt heute nicht besprechen. Wir haben auch jetzt, sind schon eineinviertelstunden lange am Sprechen. Ich finde eure Romane ganz wahnsinnig toll, sehr, sehr gegenwärtig. Ist das Thema geistige Gesundheit etwas, was euch vielleicht das noch als Sneak Preview weiter beschäftigen wird in eurer literarischen Arbeit? Oder ist das auch etwas, mit dem man sich beschäftigt und das man als Autorin dann auch wieder ablegen muss? Wenn ich das vielleicht noch erfahren darf, an welchen Fäden, ob ihr den weiterspinnt. Angst, Unbehagen, bleibt das ein Matthias-Navrat-Thema oder gibt es auch eine Sehnsucht dann mal wieder sozusagen woanders sich hin zu bewegen? Naja, ich bin schon immer praktisch auf der Suche nach der Frage, wie leben Menschen heute und was, wie ist ihre geistige Verfasstheit und ihre seelische Verfasstheit? Ich gehe da daran, wie gesagt, nicht so von dieser klinischen Seite heran. Also ich versuche einfach Menschen so in ihrem Lebenskontext darzustellen und eben zu fragen, was kann praktisch irgendwie Literatur, also inwiefern kann Literatur irgendwie vielleicht so eine nährende Funktion haben im Sinne von, dass sie ja möglicherweise Erzählungen anbietet, die eben nicht so entwurzelnd sind oder so. Oder wie kann sie mit der gegenwärtigen globalen Situation irgendwie umgehen? Ist es besser praktisch die Realität hardcore darzustellen? Ist es besser irgendwie eine menschenzugewandte, utopische Erzählung irgendwie zu schreiben? Das sind Fragen, die ich praktisch immer wieder so abhandle auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Deswegen wird das auch weitergehen. Der nächste Buch, du bist sehr bescheiden, das kommt in absehbarer Zukunft. Das ist wieder eine Reisebewegung nach Maine, Nordosten der USA. Genau, das ist eine Amerika-Reise, eine Road-Novel, die fängt in New York an, in der Großstadt, also die erste Hälfte spielt in New York, genau. Und da reist eine Mutter mit ihrem Sohn, beziehungsweise der Sohn mit seiner Mutter. Und da geht es natürlich irgendwie auch um diese Beziehung, auch um eine Auswanderung, also um Migration und eben die Situation auf dieser touristischen Reise. Denn der Tourismus ist ja auch so was extrem gegenwärtiges. Man ist immer nur kurz, man blickt überall nur kurz, man blickt in die Leben der Leute rein, dann ist man wieder weiter, aber man hat ständig mit den eigenen Problemen zu tun, so ein bisschen geht es darum. Lana, wo geht bei dir schriftstellerisch die Reise hin? Magst du uns ein bisschen einen Faden geben, an dem du weiterdenkst, ohne zu viel zu verraten? Also für mich ist halt, ich knüpfe noch mal an an diese Frage, ob Mental Health weiterhin etwas ist, was mich beschäftigt. Es ist etwas, was mich schon immer beschäftigt hat, sind Menschen. Ich habe Menschen gerne beobachtet, seit ich ein ganz kleines Kind war und mit den mir immer mehr zur Verfügung stehenden Mitteln, mit dem älter und größer werden. Da habe ich auch versucht, so viele Einblicke, so viel Wissen, so viele Beobachtungen wie nur möglich anzusammeln. Und Mental Health ist einfach nichts anderes als der Teil der Gesundheit, der nicht physisch ist, wobei er von ihm eigentlich überhaupt nicht zu trennen ist. Denn keine psychische Erkrankung verläuft, ohne dass sie sich körperlich auf die eine oder andere Weise manifestiert. Das ist immer miteinander verwoben. Also ohne den Körper könnte keine psychische Erkrankung entstehen. Also im luftleeren Raum entsteht sie nicht. Und Mental Health ist einfach dann praktisch der Teil der Gesundheit, der nicht körperlich gedacht wird. Und Mental Health haben wir alle. Das hat jede Figur, das hat jeder Mensch. Ob nun mal gerade der Zustand gesund und angenehm und mit gesund und angenehm meine ich, dass er keine unangenehmen Dinge verursacht, weder für einen selber noch für die Außenwelt. Wenn man das unter dem Aspekt betrachtet, ja, ich habe mich schon immer mit Mental Health beschäftigt und werde mich für immer mit Mental Health beschäftigen. Aber der Raumklinik wird nicht der Raum sein, in dem mein nächster Roman spielt. Das wäre auch nicht nötig, weil ich finde, es ist sehr, sehr gut und sehr intensiv geschildert schon in Jägerin und Sammlerin. Ganz kurz noch, ich habe hier Wolfgang Welt, einen Schriftsteller, der leider gestorben ist, der Schizophrenie hatte und als schizophrener Autor auch versuchte weiterzuschreiben. Also das habe ich auch sozusagen als Symbol ein bisschen solidarisch. Ein bisschen wie Lana es auch sagte. Ich glaube, die Grenzen sind fließend, was man je nach Zeit und je nach Jahrzehnt dann auch als Krankheitsbild diagnostiziert. Es gibt ganz schwere, natürlich klinische Leiden und changierende Felder, wo man sagt, der ist noch normal, der ist nicht mehr normal. Und da werden immer Machtverhältnisse auch in Gesellschaften teilweise ausgehandelt. Ich fand das wie immer viel zu kurz, viel zu interessant, um einfach jetzt aufzuhören. Ich glaube, wir sollten aber, weil wir jetzt doch hoffentlich neugierig gemacht haben auf eure beiden Romane. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Lana Lux und Matthias Navrat wünsche viel Erfolg für die bestehenden Bücher, für die kommenden. Vielen Dank auch an das Publikum und Mental Health, das Symposium geht weiter. Es kommen noch drei Veranstaltungen. Genau. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Danke auch. Danke euch. Schönen Abend. Vielen Dank.